Hallo und herzlich willkommen zu FABCAST, dem Flash & Blood Podcast. Wir sind es wieder für euch, André und Benjamin. Du meinst wohl Cyber-André und Cyber-Benjamin. Stimmt, wir sind Cyber. Und da boostet André und crankt Benjamin. Ja, richtig, richtig. Aber dann kommt das Evo-Upgrade des Podcasts und alle sind galvanized. Oder scrapped. Oder scrapped. Und damit herzlich willkommen. Ja. Ja, die Vorrede ist auch das Thema. Und zwar das brandneue Set Bright Lights. Alle Spoiler sind raus. Ja. Die Karten sind geworfen und die Würfel sind gerollt. Ja. Und ja, Benni, erzähl mal, wie wurden die Würfel denn gerollt? Also Ersteindruck. Heute machen wir nur einen Ersteindruck. Und in der nächsten Woche machen wir dann für euch wirklich ein Set Review. Weil da sind ja doch schon ziemlich, ziemlich viele Karten. Die müssen wir uns auch erst mal durchlesen und auch mal erst mal so ein bisschen gucken, was zu was passt. Erst mal sacken lassen. Weil das ist echt ein Brett, das Neue. Aber gut, Benni, wie ist dein Eindruck? Was sagst du? Also erst einmal bin ich froh, dass es nicht wie ich gedacht habe, also zumindest hat es jetzt gerade den Anschein, dass eine ausreichende Tiefe vorhanden ist in dem Set. Äh, insbesondere für eben das Limited-Format. Und auch um im Constructed-Bereich später mit dem Set coole Sachen zu bauen. Äh, Constructed, also Blitz- beziehungsweise Classic Constructed. Ähm, das war ja eine Angst, die ich hatte, äh, im Vorfeld. Ja, wenn das alles nur um Mecha geht, ist das vielleicht zu eindimensional, zu einfach. Eher was für Einsteiger. Ähm, für, also grundsätzlich ist es natürlich auch was für Einsteiger, weil es sich alles um eine, ähm, Klasse handelt. Und du, äh, wenn du das Set kaufst, im Prinzip immer Karten hast, die du irgendwie gebrauchen kannst. Das ist für einen Einsteiger natürlich sehr geil. Aber, boah, also als Einsteiger, also okay, dein gutes Argument, auf jeden Fall. Aber ich weiß, was du meinst. Und zwar, genau, aber sind dann tatsächlich die ganzen Karten, wo so besonders viel Text draufsteht. Was eigentlich, was eigentlich super viel ist. Die sind schon nicht einfach. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast hier, ich hab mir das Set durchgelesen. Äh, du hast hier so viele Verschränkungen. Von Seite 1 bis 10, er hat das Set durchgelesen, zack. Genau. Äh, du hast hier so viele Verschränkungen und so viel Zeugs, was mit irgendwie was zu tun hat. Du meinst eher, ähm, Querverbindungen als Verschränkungen. Ja, auch. Also, ich meine jetzt Verschränkungen, so Zahnräder, die ineinander greifen. Ah, okay. Ne, also so Dinge, die, die sich aufeinander beziehen. Dinge, die miteinander synergieren. Da hast du super viel von. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kleine Storytime. Oh, die Katze miaut. Ähm, kleine Storytime. Also, ich hab schon im Vorfeld über das Set gewettert. Ich hab gesagt, das kann ja nur scheiße werden. Ich hab da keinen Bock drauf, den Müll. Besonders, weil, wie HörerInnen des Podcasts wissen, ich bin kein Freund von Mecha. Ja, oder war es zumindest nicht. Äh, ich hab immer gedacht, ach, scheiße, hab ich ja jetzt null Bock drauf, den Kack, ne? Ja. Und, ähm, ich wollte das Set nicht mögen. Und nicht kaufen. Und nicht kaufen. Ich wollte es, also, Benni weiß das. Ich hab da so oft drüber gehetzt, hab gesagt, boah, scheiße, kein Bock auf den Mist, ne? Ähm, erst mal das Set skippen und so. Also, kurz primär zur Erklärung, das Ganze kommt primär durch, äh, Mecha in der Welt of Wrath, also in der, äh, Flaschenblatt-Welt, äh, gefällt, gefiel André die ganze Mecha-Klasse nicht, passte ihm nie rein, machte ihm flufftechnisch keinen Sinn, sag ich mal, oder passte einfach nicht ins Bild, hat dieses, ähm, Fantasy-Weltmäßige einfach irgendwie kaputt gemacht für ihn, Artworks gefallen ihm nicht, irgendwelche Robotas und irgendwelche Atellerie, die rumballern, gefallen ihm nicht. Genau, also, als ich, genau, also, als ich nur, ähm, also, erst mal so, so Dash hab ich nie gespielt, fand ich immer nicht so geil, so, allein von der Optik her mochte ich diese Steampunk nicht so, äh, oder auch so ein bisschen Cyberpunk, obwohl ich das Videospiel und das Pen-and-Paper-Cyberpunk geil finde, aber irgendwie ist das nicht so meins gewesen für, also jetzt im Kontext auch von Flaschenblatt, weil ich denke mir immer, so, so hochtechnologisiert passt irgendwie nicht zu Magie-Zeus. Und Drachen. Und Drachen, ja, ja, genau, aber ich mein, gut, Shadowrunner bei dem Pen-and-Paper, ähm, hast du, hast ja auch irgendwie gepasst, gut, aber dann hab ich gesehen, äh, Heavy Artillery, diese Karte, ne, war ja auch einer der ersten Spoiler, und ich hab schon gedacht, ach du Scheiße, so ein riesiger Mech, mit 27 Kanonen, die da rausfeuern. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Das hat irgendwie so ein Vibe, so, von wegen, ja, geil, irgendwie ein riesen Viech, riesen Mecha kommt da in so eine Kampf-Arena rein, und das passt halt nicht, wenn so ein Mecha auf so ein Wunblade trifft. So, dann... Ihr sagt ja, gefällt mir nicht. Genau, ne, gefällt mir nicht. Und dann hab ich so halt mit dem Evo gesehen, hab das jetzt auch nicht so wirklich verstanden, ähm, durch die Spoiler, klar. Hab ich gedacht, hm, irgendwie uncool. Ja, und jetzt, was das ganze Set geliegt ist... Also einzeln betrachtet, meinst du? Ja, genau. Als so die ersten Evos nur zu sehen waren, ne? Genau, genau, ja. Und jetzt, wo das ganze Set geliegt ist und ich mir dann mehr durchgelesen hab, ich hab Benni morgens dann geschrieben, ach, fuck, scheiße. Also, denn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es kacke finden, das Set, ich wollte es wirklich scheiße finden, aber ich muss echt gestehen, leider geil. Ja, leider geil. Also, es ist wirklich, also es scheint zumindest wirklich so zu sein, ähm, dass da was für jeden was bei ist erstmal, vom Playstyle her. Ja. Dann diese Verschränkungen, diese Zahnräder, die ineinander greifen, die neuen Mechaniken sind super interessant, gefallen mir sehr, sehr gut, ähm, und ich muss auch sagen, so ein paar Dinge von der Optik her sind auch geil. Von Optik her? Also, von 1 Optik her, das sind halt richtig nice, also, ähm, diese Dinger, die so old school aussehen, so zum Beispiel der Quantum Processor, die Tiktok Clock, ähm, Tiktok Clock finde ich auch cool, ja. Penetration Script, äh, sowas, ne, also dieses, was, was so, was so ein bisschen retrofuturistisch aussieht, weißt du, was ich meine? Mhm, also nicht das mit den Mopeds drauf. Genau, nicht das mit den Mofas drauf, das finde ich immer noch kacke, aber, ähm, so zum Beispiel System Reset, finde ich super geil, System Failure, also so ein paar Sachen sind Teilstadt, das ist super geil. Was sagst du denn zu Razzle Dazzle, kannst du dir ja mal angucken? Razzle Dazzle, ja. Der Name ist eigentlich geil. Ja, ja, aber nein. Aber nein, okay, Razzle Dazzle hatte ich nicht gekriegt, okay. Ne, auch Gas Up und, also wie gesagt, das Ganze mit den Mopeds oder Quickfire und so, finde ich alles von der Optik her nicht. Also diese, eher tatsächlich die Standard-Mechakarten. Ja, genau, so Sprocket Rocket, wo ich mir denke, was? Razzle Dazzle, Sprocket Rocket, ich weiß nicht, dann Gas Gazzler, einfach so eine blöde Kettensäge. Also, come on. Ne? Bull Bar, also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, oh Gott. Was sagst du zu Artwork vom Scrap Harvester? Das finde ich wiederum cool. Ja. Finde ich gut. Kurz zur Erklärung. Ja. Da ist so ein, das ist halt auch cool gezeichnet, ist nicht irgendwie so ein cleanes Mofa einfach drauf oder so, sondern da ist im Prinzip ja dieser, diese ganze Metallschrott, ja. Und dann ist da so ein, so ein Ernteroboter oder so, so sieht das für mich aus, der da quasi ja loutet und mit seinen, mit seinen Werkzeugen dennoch brauchbare Teile rausholt und das Ganze in schönen, düsteren Grautönen, Metallgrautönen. Hat doch ein bisschen was von Terminator, denn du hast halt in diesem Schrotthass auch menschliche Totenschädel. Das erinnert mich voll an die Eingangsszene von Terminator 2, wo da so einen Terminator in der Zukunft so menschlichen Schädel plattritt. So ein T-800. Oh yeah. Oh yeah. Action, aber let's go back to the action, ne, und womit macht man am besten Action und zwar mit den neuen Heroes. Okay. Gute Überleitung. Ja, wobei, okay, kurz, wir haben ja... Wie bei den Mechaniken erst? Ich wollte erst kurz mal eben die Fable erwähnen. Ah, stimmt. Ich hab da ja was gesagt und das passt ja die Arsch auf einmal, oder? Das ist sowas von richtig. Und zwar, die Fable ist Master Coke. Ich weiß nicht, wie ich's nennen soll. Cock, aber ohne CK, sondern mit G, liebe Hörerinnen und Hörer, ne? Ja, eben, deswegen, ich wollte's extra nicht so aussprechen. Ich glaub, das wird Cock ausgesprochen, ich guck aber mal nach. Ist, wie wir's, äh, gesagt haben, äh, ein Mecha, äh, Gem. Und, auch, wie wir gesagt haben, er produziert einen Steam-Counter, äh, wenn er den pitcht halt. Ist ein Geld-Pitch übrigens, also wie immer kein Block für die Gems. Äh, Legendary einmal nur für den Stack. Und, äh, wenn du den pitcht, darfst du einen Steam-Counter verteilen, allerdings nur auf ein Item, was du kontrollierst mit Crank. Neue Mechanik-Crank. Ja. Es wird übrigens Kark ausgesprochen, also Kark. Ja. Kark. Okay, Kark. Master Kark. Da haben wir dann also zu 95% richtig predicted. Was ja irgendwie jetzt nicht allzu schwer war in einem Mecha-Set, to be honest. Ja, 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 das ist richtig. Okay. Aber du hast einen richtigen Call gehabt. Klar. Klar. Ja, also es gibt drei neue Heroes, Spoiler. Einen davon finde ich richtig kacke. Also, nicht von der Fähigkeit her wieder, sondern vom Gedanken, vom Gedankenspiel. Aber gut. Benni. Das ist ein richtig kacke. Warte, lass mich raten. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen, wenn du's gesagt hast. Ähm, du findest Max dann kacke. Aber sowas von. Okay. Also, allein schon der junge Max regt mich auf, ja, mit diesem Neonfarben-Zeug, dann mit diesem riesen Schraubenschlüssel, der auf edgy gemacht ist und dann mit dem Doppel-X Max Nitro. Ja, und dann habe ich den erwachsenen Max Nitro gesehen, der auch noch Max The Hype Nitro heißt. Und das hat mich dann richtig aufgeregt. Du bist ja ein richtiger Oppi. Ja, ich weiß. Also, das ist echt Old Man Yells at Cloud, ne? Mhm. Ähm, aber boah, der Name gefällt mich und das Artwork finde ich auch so, ach, das ist so edgy einfach, weißt du, wie ich das meine? So richtig. Ja. Dann hat er noch Stacheln auf seinen Schulterpolstern. Dieser Punk. Unglaublich. Genau, da zeigt er hier so ein Heavy-Metal-Punk-Rock-Zeichen und er hat natürlich noch Blut am Mund und was weiß ich, mein Gott, also, es hätte noch gefehlt, dass der ein mechanisches Bein hat oder sowas, aber ne, er hat noch ein mechanisches Auge. Ja, und so eine lange spitze Zunge. Ja, ist das eine lange spitze Zunge oder ist das Blutanzunge, weiß ich nicht. Es könnte, also es ist eine lange spitze Zunge, aber es könnte auch noch an den Mundwinkeln auch noch etwas Blut tatsächlich sein. Oder der hat einfach in eine Kanne Öl gebissen. Ja, weil er da halb ist. Naja, der wird vom Fluff. Kurz die Namen dann noch von den anderen, oder? Ja, ja. Dash.io als Erwachsener-Hero, Dash.data-Base als Young-Hero, Teclofossen-Esteemed-Magnet und einmal Teclofossen-Young einfach. Ja. Ja, Max Nitro und Max The Hype Nitro. The Hype Nitro. Wobei Nitro der Alte ist, genau. Ich finde, wir sollten dich auch Benjamin The Hype nennen. Nee. Und mich nennt ihr dann auch Esteemed Magnet. Kurz, genau, zu den, ja, dann, ich würde, ich finde, fände es total toll, wenn du mal Max vorstellst, was er denn kann. Aber sowas von gerne. Yeah, Max The Hype. Also, der hat vier Intellekt, wo er nicht nach aussieht, aber gut. Nein, sorry, ich bin da gerade im Hate-Modus, da tut mir leid. Also, vielleicht werdet ihr in zwei, drei Monaten hören, oh, ich spiele den übrigens. Aber im Moment bin ich so ein bisschen im Hate-Modus. Ähm, die Mechanik ist cool. So, vier Intellekt, 40 Lebenspunkte, Standard für einen Old Hero, beziehungsweise Young Hero, vier und zwanzig, also vier Intellekt und zwanzig Lebenspunkte. Die Fähigkeit von ihm ist, ähm, einmal pro Zug Action, Action, äh, du zahlst zwei Ressourcen und dann kriegst du einen Hyper-Driver-Token, der sogar zwei Steam-Counters anhat. Und das darfst du aber nur machen, äh, wenn du in diesem Zug schon geboostet hast. Und die Fähigkeit, die zweite Fähigkeit ist halt auch mega stark, und zwar Hyper-Drivers, die du kontrollst, kriegen das, die Fähigkeit, die neue Fähigkeit Crank. Ähm, diese neue Fähigkeit Crank sagt, äh, wenn das Ding, wenn dieser Hyper-Driver, beziehungsweise, wenn andere Fähigkeit, wenn andere Karten diese Fähigkeit haben, andere Items, ähm, wenn das Item die Arena betritt, dann darfst du einen Steam-Counter davon entfernen. Und wenn du das tust, kriegst du einen Action-Point. Genau. Ja, ist cool. Was ziemlich cool ist, also, ähm, ich muss, also, man kann, also erstmal hier zu der Fähigkeit selbst, also klar, der kommt mit, äh, 40 Leben, 20 Leben, 4 Intellekt als Standard, äh, was so die Standard-Heroes halt haben, sag ich mal, ähm, dann haben wir hier, äh, halt den Punkt, eben diese Action hat kein Go-Again. So, allerdings, kannst du das, du kannst, wenn du, äh, das am Ende deines Turns machst, ist alles cool, und du eh kein Go-Again brauchst, dann hast du halt diesen Hyper-Driver mit zwei Steam-Countern drauf. Ähm, und das bedeutet, äh, Hyper-Driver, kurze Erklärung, wenn du boostest, dann entfernt, ist du, also, beim ersten Boost, den du machst, entfernst du einen Steam-Counter von dem Teil und kriegst eine Ressource davon. Wenn er keine Steam-Counter mehr hat, wird er zerstört. So, dann hättest du halt einen Hyper-Driver mit zwei Steam-Countern drauf, das heißt, du bekommst zweimal eine Ressource dadurch, wenn du das erste Mal boostest, was ganz cool ist, wenn du so aggro-deckmäßig unterwegs sein willst, weil du eben Ressourcen generierst, ohne zu pitchen. Du kannst allerdings auch diesen Hyper-Driver in deinem Turn produzieren und ihn mit Crank einfach nur mit einer Marke oder einer Marke entfernen. Dann hast du halt nur noch einen Hyper-Driver mit einer Marke, aber du hast sofort dein Go-Again, dein Action-Point sozusagen, zurück. Hm, stark. Und könntest die nächste Attack spielen, boosten und sofort die Ressource rausziehen und dann ist das Ding halt wieder weg, ne? Ja, aber ich sag mal so, du willst eigentlich mit Banksy ja zuhauen. Also Banksy ist seine Specialization, ist seine Waffe. Lange ist dieser riesige Schraubenschlüssel Banksy halt. Naja, ich höre auf zu haten, tut mir leid. Banksy sagt, einmal pro Zug als Action kannst du eine Ressource zahlen und angreifen, das funktioniert aber nur, wenn du vorher gecrankt hast. Ja. Weiterhin sagt es, wenn das Ding hittet, dann kriegst du einen Steam-Counter auf dem Item, was du kontrollierst, was Crank hat. Das heißt, du hast da in dem kleinen Ding schon eine Riesensynergie. Ja, du meinst eben, dass du on-hit den Steam-Counter wieder auf den Hyper-Driver packen kannst. Korrekt. Ja. Dafür muss er halt auch hin. Ja, ja, klar. Tatsächlich macht die Verwendung, die ich auch gerade geschildert habe, nicht wirklich Sinn. Ich gebe zwei Ressourcen aus, bekomme einen Hyper-Driver. Ja. Ich cranke und bekomme eine Ressource zurück. Das ist irgendwie ein Minusgeschäft. Das ist richtig. Aber ich habe gedacht, lass den mal reden. Ja, allerdings kannst du dir immer noch den am Ende deines Turns einfach vorbereiten, ohne jetzt mit Banksy zuzuhauen, damit du das Ding schon mal liegen hast. Für einen dickeren Turn oder wenn du mal schlecht ziehst. Genau. Also du musst den nicht nur, ja, sofort. Du kannst halt aus einem Blow-Pitch kannst du den Move halt machen, nachdem du, aber du musst es eh schon in den Turn geboostet haben, um die Action benutzen zu können. Ja, genau. Mit Blow-Pitch kannst du halt dir einen Hyper-Driver besorgen. Crank, mach dir den Action-Point zurück. Hast einen Hyper-Driver nur mit einem Token, haust du mit Banksy am Ende nochmal drauf. Wenn der hittet, kriegt dein Hyper-Driver halt wieder einen Token zurück. Ja, richtig. Okay. Also das oktroiert so ein bisschen schon seine Spielweise auf. Machen wir uns mal nichts vor. Du willst boosten und du willst cranken. Oder? Ja, für mich auch eher so der Aggro-Hero in dem Set auf jeden Fall. Genau, derjenige, der gerne ein bisschen ins Gesicht geht. Ja, dann würde ich sagen, wir können ja gleich nochmal zu den Karten gehen und so weiter. Ja. Stellst du deinen Liebling vor? Hast du einen Liebling in dem Set? Ja. Teklofossen. Verdammt, ich auch. Ja. Ich finde den... Dann stell Teklofossen vor. Okay. Also Teklofossen, esteemed Magnet, beziehungsweise einfach Teklofossen. Teklofossen kommt mit vier Intellekt und 40, beziehungsweise als Young Hero 20 leben. Der sieht doch mal klüger aus als Max the Hype Nitro. Das ist richtig. Ich glaube, das soll er auch tun. Aber es ist ja auch der Intellekt. Also man kann ja auch... Das sollte er auch einfach machen. Ja. Also you may play Evos from your Banished Zone. Evos, schon mal vorweg, sind eben so neue Evo-Equipments, also Mechanologist-Equipments, Evo, dann gibt es dann Head, Chest, Arms, Legs und so weiter. Also Upgrades, die du in deine Equipment-Slots oder auf deine Equipment-Slots drauflegen kannst, die dann stärker sind. Irgendwie mit Temper 3, Block und so weiter. Und Fähigkeiten. Du baust dir quasi, baust du dich zu so einem fetten Roboter zusammen sozusagen. Wozu es tatsächlich auch eine Legendary Specialization für diesen Onkel auch gibt. Ja. Können wir gleich. Aber erst mal zu, you may play Evos from your Banished Zone, was auch ziemlich wichtig ist, weil es durchaus ja genügend Möglichkeiten gibt, die zu banischen, die Karten, eben durch Boost, aber auch noch andere Fähigkeiten. So, once per turn instant, bezahle drei Ressourcen. You may play your next Evos' turn as thought it were an instant. Das heißt, das sind alles keine... Es gibt auch Instant-Evos, es gibt aber primär, sag ich mal, Action-Evos, die du, also wie eine Action ohne Go-Again haben sie alle nicht, spielst. So, dann kannst du die als Instant spielen und wenn du das tust, darfst du sogar noch eine Karte ziehen. Das heißt, er kann Evos aus... Er ist ein komplett Evo-based Hero, das heißt, er kann eben Evos aus dem Banished spielen und das auch noch Instant, beziehungsweise allgemein die Dinger als Instant spielen und dann auch noch eine Karte ziehen. Der ganze Hero dreht sich also um diese Equipments. Wollen wir da an der Stelle direkt den... die Singularity dazuholen? Absolut, können wir machen. Ich wollte nur noch mal sagen, ich finde das super interessant. Das hat der Professor auch schon in seinem Video gesagt. Würde ich aber gerne noch mal rausstellen. Und zwar, normalerweise nutzt sich dein Equipment ja ab. So, und während du das spielst, also dieses... Das Evo-Game quasi, nutzt sich dein Equipment zwar auch ab, aber dein Equipment wird während des Spiels, je mehr du ausspielst, je mehr du dich upgradest, besser. Ja. Was ich super interessant finde von der Mechanical. Entgegen der normalen Spielkurve. Ja, korrekt. Da halt noch mal kurz zur Erklärung, was meinen wir da genau mit, ne? Halt eben Equipments haben teilweise Temper, Battleworn oder Blade Break. Ja, genau. Das heißt, dein Hero im Laufe des Spiels setzt ja immer wieder mal Equipments zum Blocken ein und so. Die werden halt immer schwächer. Ja, teilweise werden sie sogar zerstört. Und hier ist es halt so, du hast deine Standard Base Equipments und du legst halt immer wieder nochmal oder kannst halt immer wieder neuere Sachen drauflegen, stärkere Sachen drauflegen, die dann abnutzen, aber dann wieder zum Beispiel auch tatsächlich nochmal ersetzen. Genau. Also das heißt, du hast so eine, beispielsweise du hast den Teclo Base Head, das ist halt ein, ähm, von der Item Beschreibung her ein Mechanical Equipment Base Head, wirklich hat 1 und Blade Break, aber da kannst du dann theoretisch dann nochmal einen anderen Base Head drauflegen, so ein Evo Steel Soul Memory beispielsweise, ne? Und darauf kannst du dann wieder einen anderen Evo Head legen. Mhm. Super spannend. Ja, und eben bei ihm, dass du halt noch aus dem Banish eben Evos spielen kannst, weil es gibt halt nachher noch die Fähigkeit, die wir auch noch erklären, kurz Scrapped. Ja. Damit kannst du eben solche Sachen eben aus deinem Friedhof eben banischen und bekommst dann noch irgendeinen Effekt, ja, Scrapped ist halt eine Fähigkeit auf Karten, bekommst dann einen Bonus-Effekt damit freigeschaltet und in dem Fall ist es dann halt sogar so, dann sind sie gebanished und können von ihm wieder gespielt werden, was super gut ist. Ja, plus du darfst noch eine Karte ziehen, ne? Also... Wenn du die als Instant spielst, ja. Ja, genau. Du kannst die ja tatsächlich auch nicht Instant aus dem Banish spielen. Ja, ja, aber ich finde, das ist halt super strong, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sicher mit der Karte ziehen, ja. Ja. Gut, und dazu hat der nette Onkel auch noch eine... Eine nette Knifte. Achso. Achso, die Knifte, die habe ich sogar voll vergessen. Also ich würde sagen, wir machen erstmal die Gutling, womit man jede Menge Action machen kann. Das ist aber nicht sein und das ist eine allgemeine. Das ist eine allgemeine, ist auch weird, weil Dash hat eine eigene, Max hat eine eigene und Teclo-Fossen hat nur den Teclo-Leveler, obwohl der seinen Namen trägt. Na gut. Ja. Sag doch mal als erstes, was der kann. Also der Teclo-Leveler ist einfach die einzige Token-Waffe in dem Set, die eben nicht Hero-spezifisch ist. Das heißt, die kann jeder der drei Heroes nutzen. Der Teclo-Leveler sieht aus wie eine Gatling-Gun, was dem André auch nicht gefällt. Ja, das stimmt. Und ich sag erstmal, Mechanologist, Weapon, Gun, zweihändig, Attack für zwei. So. If we have one or more EVOs equipped, this gets one per turn, Action, bezahle drei Attack. Also sehr schlecht. Du musst drei bezahlen, um für zwei zu attacken. Drei für zwei ist halt schon mittelschwach. Und du musst einen EVO eben equipped haben. So, hast du allerdings zwei, kostet die Angriffsaktion schon zwei weniger, also nur noch eins. Hast du drei EVOs, hat diese Go Again. Und hast du vier EVOs, hat sie plus eins. Das heißt, wenn du voll EVO equipped bist, sag ich einfach mal so, würdest du halt mit drei Go Again für eine Ressource attacken können. Das wäre dann halt die stärkste, in dem Moment wäre es die stärkste Waffe in Game. Findest du? Ja, sicher. Stimmt, Rosetta ist ja raus. Drei für eins mit Go Again. Naja. Nee, mit Go Again. Ja, oh ja, ja, klar. Du hast recht. Das ist es. Vollkommen richtig, ja. Du kommst dann, übertriffst das Schwert von Fai. An der Stelle. Von den reinen Stats. Und eigentlich, du hast ja theoretisch, selbst wenn du nur die Base-Dinge siehst hast, also Teclo-Base-Set, Teclo-Base-Chest, Base-Arms und Base-Legs, dann hast du das ja schon erfüllt. Nein. Nein. Weil die nicht EVO sind. Ach, du hast recht. Die sind nur Base. Du hast recht, die sind nur Base, ja. Also deswegen, da muss man echt aufpassen. Na, du hast ein EVO-Base-Set, ja, das habe ich ja auch nur gesagt, damit ich euch testen wollte, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist halt so krass, in den Textboxen, wo sonst einfach nur dran steht, hier Equipment Arms, sind jetzt so riesige Latten an Texten, Mechanologist, Action Equipment, EVO-Base-Hat. Ja, ja. Beispiel. Aber du kannst ja, genau, während des Spiels baust du dich ja immer mehr auf, das heißt die Gatling wird dann immer leichter, um Action zu machen. Um Action zu machen. Aber tatsächlich, glaube ich, wenn du hier EVO-Equipment hast, dann ist das Spiel eh schon auf deiner Seite, dann macht die Waffe, glaube ich, nicht so viel mehr her. Aber gut. Ich würde gerne noch kurz auf seine Legendary und Legendary Teclofossen Specialization eingehen. Das heißt, wir haben hier eine Karte, die darf nur von Teclofossen gespielt werden, nur einmal im Deck. Und sie hat Rarität Legendary, beziehungsweise gibt es auch als Marvel im Set. Und diese Karte heißt Singularity. Hat ein sehr geiles Artwork. Da sieht man halt Teclofossen... Boah, aber sowas von, ey. Hm? Was hast du? Aber sowas von, das gefällt mir so gut. Ich finde es super cool. Also da sieht man Teclofossen, wie er sich so à la Iron Man equipt hat. Ja, mit den ganzen EVO-Equipments an den Armen, Beinen, am Körper und so weiter. Er schwebt in so einer lila Wolke, in so einem Energiestrahl. Drumherum sind da noch schwarze Wolken oder Schatten, was auch eine Rolle tatsächlich an der Stelle spielt. Ja, und irgendwelche Mech-Arme, die ihm geholfen haben, seine EVOs anzulegen wahrscheinlich. Ja, so diese Instrumente drumherum und so weiter. So, erst mal zur Karte. Ist eine Legendary, hatte ich schon gesagt. Sie hat einen Rot-Pitch, also gibt nur eine Ressource, blockt für drei. Mechanologist Action Construct und kostet sechs Ressourcen. Und sagt, transform your hero, your weapon and four EVOs you have equipped into Teclofossen the Mechropotent. Mechropotent, ja. Mechropotent. It enters the arena, equal life your hero has when it's transformed. Heißt, du transformierst den, deine Waffe, vier EVOs, also deinen Helden, deine Waffe, vier EVOs, die du haben musst, in diese Karte. Und das ist eben der nächste... Ultron. Ah, ne, Teclofossen. Der nächste Demi-Hero. Und zwar ist es eben Teclofossen the Mechropotent. The Mechropotent, ja. Ja, Entschuldigung, ey. Das geht euch selber überhaupt nicht hin. Alles gut, nicht schlimm. Ähm, das Ding ist ein Shadow-Mechanologist, Demi-Hero, Equipment-Hero. Shadow hab ich voll überlesen, ey. Crazy. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, auch bei der Story nachher und so weiter. Witzig. Ähm, scheinbar ist Teclofossen kein good guy. Er hat's vielleicht übertrieben... Naja, der ist ja auch ein Magnate, ne? Ja, er hat sich vielleicht übertrieben und irgendwie ist er in die Abgründe der Daimonistry oder so abgetaucht. Unbewusst, wer weiß das auch schon. André, du wirst uns irgendwann darüber aufklären, was da los ist über Lore. Aber absolut, ich hab schon alles Lore, was bisher rausgekommen ist, in eine Pipeline. Ja, dieses Ding als Karte ist aber ultra krank. Deswegen erstmal hier Action. Also erstmal die Stats. Attack 6. Das heißt, dieser Hero kann für 6 attacken. Er ist der erste Hero, der überhaupt selber einen Attack-Value hat. Ja, nicht nur das. Der hat auch einen Block-Wert von 6 und Battle-Worn. Das heißt, er kann auch selber blocken. Er hat nur einen Intellekt von 3. Ja, was ihn wahrscheinlich irgendwie balancen soll. Und, äh, dann hat er erstmal folgende Passiv-Actions. Äh, ihr Mechanologist, Attack-Action-Cards, Get-Go-Again. Das heißt, alle Mecha-Karten haben Go-Again. Äh, und diese Karte counts as you have 4 Evos equipped. Scheint hin und wieder mal eine Rolle zu spielen. Ja, und immer wenn das Ding angreift, äh... Dazu kam ich ja noch gar nicht. Das waren ja die passiven Fähigkeiten. Und dann sagt er eben, Action, bezahle 3 Ressourcen, banish 2 Karten aus deiner Seele. Die Seele sind die Karten, die beim Transformieren unter diese gelegt werden. Müssen wir vielleicht gleich auch nochmal kurz erklären. Äh, und whenever this attacks a hero, they discard a card. Das gehört noch, äh... Stimmt, ist auch eine passivere Eigenschaft. Ja, deswegen. Aber ist ja geil. Also das ist schon echt, what the fuck. Also nochmal kurz zusammengefasst. Das Ding kann angreifen. Du musst dafür 3 Ressourcen bezahlen und 2 Karten aus deiner Seele banishen. So, dann kommt der für 6. Der Gegner muss diskarten. Einfach so. Die Attacke hat auch Go Again, weil alle deine Mecha-Attacks haben Go Again. Äh, ja, und dann zählt ja noch, als hättest du 4 Evos equipped und der hat Battle Worn und eben 6 Block. Das heißt, du kannst 6, 5, 4, 3, 2, 1 damit blocken. Und halt immer für 6. Damit kriegst du dann schon ein paar Lebenspunkte zusammen, ne? So, aber... Ja, aber... Kurz zu transformen, oder? Naja, mach mal. Also, wenn du eben Karten transformierst, Du hast jetzt... Vorher stand da, du musst deinen Helden, 4 Evo Equipments und deine Waffe transformieren. Ähm, das bedeutet, die Karten werden alle unter diese Karte gelegt. Diese Karte, also die Singularität hier, wird umgedreht. Dann auf der Rückseite hast du halt eben diesen fetten Mecha-Tron. Mechro-Potent, whatever. Ja? Hast du Iron Man. So. Iron Man ist... Hast halt dein Iron Man dann da liegen. So, und da drunter sind dann eben deine Hero-Karten. Ja, der sieht aus wie Ultron, aber gut. Okay. Hast deine Hero-Karte, deine Waffe und die 4 Evo-Karten, aber auch alle Karten, die unter diesen Karten lagen. Die kommen mit in diesen Stapel. Perception. Ne? Das heißt, nehmen wir mal an, du hast 4 Base-Equipments nur gehabt, also Teklo, Base, Head, Chest, Arms, Legs und hast dann einfach dann 4 andere Evos draufgelegt. Dann sind das schon 8 Karten und dann kommt dein Hero und deine Waffe noch dazu. Dann bist du schon bei 10 Karten, die unter dem Ding liegen und der kann dann damit schon 5 Mal angreifen. Ja, ist doch ganz nett. Ja, ist entspannt. Sind schon mal 30 damage. Ja, Problem ist halt nur, wie realistisch ist, dass man die Singularity legen kann. Ganz ehrlich, ich finde es sehr im Moment auf dem Papier sehr realistisch. Ja gut, du musst 4 Evos equippen. Okay. Das ist wahrscheinlich Hälfte des Games um, bis du das hast. Schätze ich. Weiß ich nicht. Das kann ich schwer einschätzen. Ja gut, mit Scrap dickst du ja natürlich durchs Deck durch, ne? Äh, ne. Tun sie nicht, weil die kommen aus dem Friedhof in Spanish. Du musst halt irgendwie möglichst schnell, äh, dein, mit Boost und solchen Sachen kannst du ja eben dein Deck durcharbeiten. Du kannst deine Karten, also es wird ein extrem blaulastiges Deck. Ich weiß nicht, ob es nachher was taugt und so weiter, aber ich glaube, du kriegst es durchaus gut hin. Und du darfst nicht vergessen, es gibt durchaus Evo Equipments, die eben instant, äh, angelegt werden können. Ja, deswegen. Naja. Also. Ja, aber ich meinte ja, du musst, also Scrap ist ja, du darfst ein Item oder ein Equipment von deinem Graveyard banishen. So. Ja. Und damit kannst du natürlich halt auch Dicken in dem Sinne, du kannst dein Graveyard durchdingen und dann, also mit dem. Also du kannst sowohl von deinem Deck wegmelden in den Banish, aber auch Sachen, die du benutzt hast während des Spiels aus deinem Friedhof. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist, oder? Was meinst du mit zu viel? Also, du musst ja irgendeinen Gameplan haben und dein Gameplan kann es ja nicht sein, Teklophorsten einfach zum Mechropotenten zu machen, oder? Nicht? Ich glaub schon. Ja? Ich glaub schon. Okay. Ich glaub schon. Ja, ist ja ganz cool, ist ganz witzig und cool auf jeden Fall, ne? Also, ich werd sowas auf jeden Fall ausprobieren. Ja, keine Ahnung, man muss mal, du kannst ja noch diese ganzen, in diesem Deck kannst du ja noch die fetten Majestics spielen, äh, ich sag mal ein paar Namen, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, Annihilation Engine, Terminator Tank, War Machine, naja, ne, Demolition Protokoll, ja, diese ganzen fetten Majestic Attacks, dann die ganzen Evo Steel Soul Memory, Evo Steel Soul Processor, also die ganze dicke Rüstung, ne, die kannst du spielen, würd ich sagen, weil, du kannst schon ein paar Sachen machen, du kannst schon ein paar Sachen machen, ja, auf jeden Fall. Äh, ist jetzt die erste Eindruck, ne, ist einfach nur Fantasterei, aber, ähm, ist für mich auf jeden Fall wahrscheinlicher, das Ding zu spielen, als zum Beispiel der erste Dash, äh, Mechanoid, da dieser Roboter von Dash. Ja, das auf jeden Fall, ne, also, und, äh, ich sag mal so, gegen, äh, gegen hier den, gegen den Macropotent ist, äh, der Roboter von Dash hier, äh, Alcatel One Touch Easy, wenn du verstehst, was ich meine. Achso, für die, für die Jüngeren unter uns, Alcatel One Touch Easy war ein Handy, als wir jung waren. Ja, ein Smarty, nicht mal ein Handy. Ähm, äh, wo du hattest aber Stichwort gesagt, das war ein Dummy, ey. Dash, spring mal rüber auf Dash, weil wir haben noch einiges vor der Brust eigentlich, was wir ansprechen wollten. Ja, dann, äh, würde ich sagen, verlieren wir da auch keine Zeit und, ähm, dann nehmen wir die gute Dash, I.O. oder One O, also, Eins, Schräg, Schräg, Null, hat Intellekt 4, hat nur 36 Leben, als junge Dame hat sie nur 18 Leben und, äh, sie sagt, du darfst dir immer die oberste Karte von deinem Deck angucken, also, immer, 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 und, äh, einmal pro Zug darfst du ein Mechanologist Item mit Kosten Null oder Eins von oben auf deinem Deck spielen, als wäre es ein Instant, aber das Ding kostet dafür einen mehr. Finde ich ganz cool, muss ich sagen, also, ähm, also, dieses mit dem immer oben auf deinem Deck, das ist so wie eine viereinhalbte Karte, wenn du weißt, was ich meine. ist schon die fünfte. Ja, wenn es halt kein Item ist, was Null oder Eins kostet, halt nicht, ne? Ja, du siehst sie, aber trotz alledem, also, ne? Ja, aber ich sag halt, deswegen nenne ich sie die viereinhalbte Karte. Ja, das ist schon okay, das kann man schon so sagen. Ja, genau, aber finde ich gut. Also, ich glaube, die hat auch durchaus ihre Berechtigung und da gibt's, wird's wahrscheinlich ein cooles Deck drum geben. Äh, die gute Dash hat auch natürlich noch eine Waffe und zwar die, äh, Symbiosis Shot. Ähm, schießt für zwei. Äh, als Action, äh, kannst du einen Steam-Counter davon entfernen und angreifen und es sagt, immer wenn ein Mechanologist-Item die Arena betritt, natürlich unter deiner Kontrolle, ähm, wenn es weniger als sechs Steam-Counters hat, darfst du da einfach einen Steam-Counter drauflegen und das ist schon strong. Das ist richtig cool. Mhm. Auch hier wieder Steam-Counter bekommst du eben durch verschiedenste Karten in diesem Set auch auf die Waffe halt aufgelegt, ne? Ja. Weil du hast nicht, wie bei der Standard-Dash-Waffe, die wir kennen, die Pistol, äh, die Möglichkeit hier zu reloaden, du musst also irgendwie Steam-Counter auf diese Waffe bekommen. Aber ich sag mal so, ich glaub, die wichtige Fähigkeit ist noch nicht das Angreifen, sondern tatsächlich die passive Fähigkeit von dir. Äh, von wem jetzt? Von Symbiosis Shot. Von der Waffe. Also immer, wenn das Ding entert, das, also immer, wenn ein Item entert, was weniger als sechs, also ne, wenn das Ding hier, also wenn das Symbiosis Shot weniger als sechs hat, ne, dass da dann ein Steam-Counter draufkommt, ist schon cool. Siehst du? Das hab ich sogar überlesen. Ne, ever a Mechanologist Item enters the Arena under your control. If this, also wenn Symbiosis Shot has fewer than six Steam-Counters, you may put a Steam-Counter on this. Also ich denke auf die Pistole. Ja, du legst ständig, ja, du legst ständig tatsächlich, wenn du irgendwelche Items spielst, legst du halt ständig Steam-Counter hier auf die Gekniffte, das stimmt. Hab ich vercheckt oder nicht richtig gelesen gerade. Ja, ja, ich hatte auch, ich hatte auch zuerst gedacht, hö, ich pack dann das aufs Item, also das ist halt irgendwie, also die Formulierung halt, ne, also ich glaube, durch das this kommt es halt auf die Pistole. Ja, man muss einfach mal in Ruhe sich die Karten vernünftig durchlesen. Also insbesondere, wenn man die das erste Mal dann mal spielt und so weiter, da ist halt schon, sind schon ein paar Punkte, da muss man schon genau aufpassen. Ich finde Dash.io ganz cool oder Dash-Dartabase, muss ich sagen. Auch hier gibt es eine, was ich nämlich halt gut finde, in diesem Set tatsächlich, das so umfangreich eben ist und es dreht sich ja eben alles um eine Klasse und da sieht man tatsächlich mal, welchen Vorteil es in diesem Moment eben bringt, dass es, du gehst halt das durch und du hast ja, egal was du dir anguckst, alles, das sind ja alles Playables. Du kannst ja eigentlich jede Karte halt spielen. Ist alles, Achtung Wortspiel, ist alles klasse. Und das habe ich halt nicht berücksichtigt, den Gedanke, eben klar, du kannst halt nicht jede Karte, du kannst jede Karte theoretisch in dein Deck tun, ja, ob sie da so viel bringt wie bei einem anderen Helden, natürlich nicht. ich denke, die drei Helden sind so ausdifferenziert wie auch drei Helden verschiedener Klassen, also die werden sich wo von den Mechaniken her ziemlich unterscheiden. trotzdem picken und spielen. Ja, ja, also das geht auf jeden Fall, ganz klar, aber dadurch, dass alles irgendwie pickbar ist, musst du dir wirklich auch im Gegensatz zu vorher, ich nehme mir jetzt einfach mal ein normales Draftplan Set, so, da hast du einfach einen Hero, eine Klasse und wenn du dir den für Limited angucken willst, guckst du dir die Generic Karten an und die ganzen Klassenkarten, die der picken kann. So, in dem Fall sind es halt 200 plus. Das ist korrekt, ja. Weil er alle picken kann. So, was machst du denn da, ne? Erstmal gucken. Ja, Und natürlich musst du die richtigen Synergien finden, was zueinander passt und so weiter. Das sieht man relativ gut, finde ich, also bei Dash.io, es gibt sehr viele Equipments im Majestic, Rare und Come Slot eben, die für 0 und 1, Equipments, Items, Entschuldigung, für 0 und 1 Kosten kommen, ins Spiel kommen. Und das sind natürlich alles Karten, die Dash mit ihrer Fähigkeit nutzen kann. Ne? Und, äh, das sind dann auch Sachen, die sie sich gerne ins Deck packt. Allein schon diese Evo Data Mine, Evo Battery Pack, Evo Cockspitter, Evo Charging Rods und so weiter, ne? Die kosten ja alles null. Kannst du dir alles, äh, kannst du dir, theoretisch kannst du dir auch eine Transformer Evo Dash bauen. Was ich richtig gut finde, ist zum Beispiel, an der Stelle für Dash, Fuel Injektor. Der ist so gut für die. Oh, das ist nett. Also ich stelle ihn kurz vor, ja. Fuel Injektor ist ein Blaupitch, Mechanalogist Action Item. Blaupitch halt, kein Block, nichts, das ist halt nicht so geil. So, aber der ist eben Item, was auch nicht so geil ist, weil du musst ihn ja theoretisch, wenn du ihn in der Hand hast, musst du ihn halt legen und das kostet dich halt deine Action. So, aber die Fähigkeit ist instant, tu den unter dein Deck und bekomm eine Ressource. So, und wenn der eben auf dem Deck liegt, kannst du den eben, der kostet so null, instant für eine Ressource legen und hast dann permanent, ja, ne Instant Energy Potion im Spiel liegen, als Setup, die sich auch wieder ins Deck cyclet. Das finde ich schon cool, muss ich sagen. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, hier in diesem Set sind einige ziemlich gute Karten dabei. Ich finde zum Beispiel auch so eine blöde Kammen ganz, also ganz cool, diese Boom Grenade, ne, kostet halt null, hat Crank, äh, kommt mit einem Steam Counter in die Arena und, äh, start of my turn, kann ich das Ding zerstören oder, also, muss ich das Ding zerstören, es sei denn, ich remove den Steam Counter und wenn das Ding, also, wenn ich eine Mechanologist Attack Action Card, äh, wenn das hittet, dann wird das Ding einfach zerstört und, äh, macht vier Damage, finde ich super, für null. Also, es gibt einfach plus vier on hit dazu und durch Crank, äh, er hat es ja auch sozusagen go again, wenn es sofort in dem Turn verwendet wird. genau, ich meine danach, wenn du es halt nicht mehr verwendest, verpufft es halt einfach, weil da wahrscheinlich kein Steam Counter drauf mehr drauf ist, aber so, es ist halt einfach eine Kammen, aber sie ist nett, finde ich. Was meinst du jetzt? du kannst es, du kannst es regulär spielen und dann wird im nächsten Zug der Steam Counter entfernt. Ja, ja, genau, also, wenn es jetzt in diesem Zug nicht hittet, sag ich mal, ne, wenn man Attack in diesem Zug nicht hittet, dann ist es im nächsten Zug, ähm, ähm, entfernt, dann existiert es noch und dann, ähm, im dritten Zug, dann wird es halt, dann verpufft es halt. Aber nicht, wenn du dir den Action Point, den du dafür noch benötigst, über Crank holst, dann eben nicht. Dann nicht. Dann hat es nämlich keinen. Genau, aber es ist einfach, aber du kannst ja theoretisch mehrere Action Points, die irgendwie generiert haben, dieses Item legen, ja, und dann, äh, hast du den Effekt in diesem und im nächsten Zug, klar. Genau, also ich finde halt, also das war jetzt einfach nur so eine, so ein Beispiel von einer Karte, das ist einfach eine Kammen, wo ich dann mal so sagen würde, mh, aber es ist einfach eine nette Mechanik, also ich finde das ist, selbst so eine Popelkarte finde ich halt nett. Ja, vier Schaden ohnehin dazugeben ist natürlich nicht verkehrt. Genau. Trifft auch hier, äh, wiederum genau andersrum, hier die Mini Forcefield und solche Sachen sind halt, so Geschichten, da gehen wir dann demnächst nochmal im Detail drauf ein, das blockt halt mit Ward und solche Sachen. Aber ich meine, gerade im Limited Format kannst du halt, du kannst selbst so eine blöde Boom Grenade gebrauchen, ne? Du kannst einen Hadrian Collider gebrauchen, Mini Forcefield, also du kannst halt so viele tolle Sachen einfach gut gebrauchen und dir ein schönes Deck da rum bauen. Du, wie gesagt, du kannst dir halt sogar eine Dash bauen, die sich nicht, die nicht auf Items geht, sondern die halt auch einen Teclo-Leveler in der Hand hat und vielleicht, ähm, sich transformieren möchte, mit einer Evo Data meinen beispielsweise, ne? Oder mit, mit dem Evo Zoom Call oder sonstiges. Also du bist da super flexibel und das finde ich halt so geil an diesem Set und ich, Leute, ich sag's nochmal, ich wollte dieses Set eigentlich ziemlich scheiße finden. Und, ähm, ich find's so gut, also, ganz toll. So, jetzt hatten wir die drei Heroes erstmal ganz schnell und grob. Genau. Wir haben... Schreibt uns übrigens mal in die Kommentare, welche Heroes ihr am geilsten findet. Oder sollen wir eine Umfrage machen? Können wir auch. Ja, lass uns mal abwarten, was da so kommt. Wir gucken mal. Ähm, wir haben Crank erklärt in Kombination mit Max Nitro. Ähm, dann sollten wir, keine Ahnung, wollen wir, äh, ich gehe einfach nochmal kurz zu den Blocks einmal. Ein Galbenice machen oder wenn wir bei Blocks sind? ich würde jetzt erstmal einfach den Block nehmen. Ach ja, stimmt. Haben wir auch schon in der letzten Folge erklärt, aber, ähm, mach mal den Block drauf. Es gibt eine neue Kartenform, einen neuen Kartentyp, der heißt Mechanologist Block. Ähm, ja, ist einfach jetzt hier, wie zum Beispiel Firewall, äh, ist jetzt hier Rot-Gelb oder Blaupitch. Die haben Blockwert 4, 3, 2 und sagt, when this defense reveals the top card of your deck. If it's an Evo, put it on the top of your deck. Otherwise, put it on the bottom. So. Äh, so kannst du halt Evos hochhalten, sozusagen, und, äh, andere Sachen wegschuffeln. Äh, so. Auf jeden Fall, ähm, Block ist, äh, keine, ist halt ein neues Keyword, und, ähm, Blockkarten kannst du nur zum Blocken verwenden, und zwar, äh, im normalen Block-Declare-Step, wo du halt Attack-Action-Karten zum Blocken hinlegst, oder, ähm, ja, Action-Karten zum Blocken hinlegst. Um es mit Sido-Sworden auszudrücken, mein Block, mein Block. Genau, und du kannst sie eben nicht, ähm, im Defense-Reaction-Step oder so spielen, und Achtung, wenn du die Arsenals, also ins Arsenal legst, hast du keine Möglichkeit derzeit, die dort wegzukriegen. Stimmt, weil du sie nicht in den Block legen darfst. Ja, du hast vollkommen recht, das wäre witzig. Ähm, das wäre bestimmt, das ist bestimmt das Erste, was ich hier irgendwie hart verpeilen werde. Ja, weil dann stickt das da, und kommt halt nicht weg, weil es da einfach nur liegt, weil es ein Block ist, in deinem Arsenal. Ähm, André, du hast es gerade schon angesprochen, Galvanize. Jo, äh, für die Chemiker unter uns, man kann ja Dinge galvanisieren, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, haben wir gerade irgendeine Karte, die das kann? Falls ihr, nein, falls ihr Chemiker seid, was Galvanisieren bedeutet. Ähm, naja, auf jeden Fall das Cognition Field beispielsweise, das ist sogar ein Mechanologist-Block und hat Galvanize, weil das, Galvanize sagt nämlich, äh, wenn das defendet, das, diese Karte, dann darfst du ein Item zerstören, was du kontrollierst und wenn du das tust, ähm, bekommt diese Karte plus zwei Block. Mhm. Das haben, das Keyword haben einige Karten auch in diesem Set, äh, ist immer das gleiche. Die ganzen Mopeds haben das. Die Mopeds haben das auch. Ja, Soup Up, Talk Tuned, äh, gut. Dann haben wir Infuse Titanium, Titanium oder Infuse... Infuse Alloy, ja. Ja, das sind alles Karten, wo Galvanis draufsteht und der Effekt ist halt immer, der eben gerade beschriebene, wenn du ein Item zerstörst, ähm, bekommst du noch zusätzlich plus zwei Defense im Block. Ähm, okay. Crank hatten wir, Block, Karte hatten wir, Galvanize hatten wir, Scrap hatten wir kurz angerissen. Scrap, find ich geil. Scrap, what the Scrap. Ähm, dafür will ich kurz anhand des, äh, Scrap Harvester hatten wir, glaube ich, schon angesprochen, tatsächlich. Aber nehmen wir kurz den Scrap Trader, den will ich kurz vorstellen, weil ich finde, ich finde, ich bin gut. I'm a Scrap Man, bi, ba, 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 boom. Scrap Trader ist eine Mechanologis Action Majestic von der Rarität, äh, gibt's nur als Rotpitch, blockt für zwei und sagt eben Scrap, so, als zusätzlich, als zusätzliche Kosten kannst du eben eine Karte aus deinem Banish, ähm, also ein Item oder Equipment aus deinem Banish, äh, äh, Quatsch, von deinem Heinefress. Du kannst ein Item oder Equipment von deinem Friedhof banischen als zusätzliche Kost. So, Scrap steht hier zweimal drauf, das heißt, du darfst zwei Items, also, oder Equipments oder ein Item und ein Equipment eben aus deinem Friedhof banischen und dann bekommst du gain two resources for each card this scrapped. Das heißt, wenn du zwei Sachen scrappst, bekommst du vier Ressourcen, hast zwar kein Action Point, äh, an der Stelle, also, du hast kein Go Again, allerdings hast du die vier Ressourcen und kannst dann zum Beispiel mit unserem Herrn Teklofossen äh, Instant irgendwelche Geschichten machen, ne, ein Evo Instant spielen, aus dem Banish, was du gerade gebanished hast, ne, da so eine kleine Synergie, da ich glaube, der Scrap-Trader ist extrem gut für Teklofossen. Ähm, ja, hab ich dann auch irgendwann mal hingekriegt, die Fähigkeit richtig zu erklären, mit dreieinhalb Anläufen gefühlt. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja auch sechste Stunde für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer, von daher. Ja. Äh, 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 es ist immer das Gleiche, ne, immer, äh, immer ein Item oder ein Equipment aus dem Friedhof banischen und gibt dann immer einen Bonus-Effekt, der wechselt halt, ne, also zum Beispiel gibt's einen Attack mal Overpower oder, äh, du produzierst einen Quicken-Token oder du kriegst bloß einen Attack und solche Sachen. äh, äh, also die Art ist immer die gleiche, wie du den Effekt bekommst, aber der Effekt, den du auslöst, ist immer wieder ein unterschiedlicher, nicht wie bei Galvanize, da haben wir immer beides gleich, zerschöre ein Item, du kriegst plus zwei Block, ne, hier nochmal gesagt. Crank ist auch immer gleich, ne, nimmst du beim Spielen der Karte einen Steam-Counter runter, bekommst du einen Action-Point an der Stelle dafür. Ähm, sonst noch was an Keyblots? Ich glaube, Boosten ist denklich klar, ne, also Boosten, ne, oberste Karte ist eine zusätzliche Kost, da musst du also ansagen, dass du boosten möchtest beim Karte spielen und, äh, die oberste Karte wird dann gebanished und, äh, deine Karte bekommt dann Go Again. Ähm, ja. Wenn man übrigens Boost-Boost hat, wie bei Twin Drive, ist einfach ne Majestic, Twin Drive, ne rote Majestic, kostet zwei Attack für fünf, Block für drei, ist eine Attack-Action und die hat nichts weiter draufstehen als zweimal Boost. Ähm, du musst beim Spielen der Karte ansagen, wie oft du boosten möchtest. Du bekommst auch nur einen Action-Point zurück, also man bekommt nicht irgendwie Go Again, Go Again, also zwei Action-Points. Ähm, du hast aber dafür zweimal geboostet. Das ist kein Unterschied sicher. Genau, es ist halt erstmal um sicherzugehen, dass du vielleicht boostest, wenn du kein, wenn, falls du Non-Mechanologist, ähm, Karten da drin hast, dass du auch wirklich hitest. Oder, äh, primär gibt's auch Karten, oder gibt's halt Effekte, für die es wichtig ist, dass du geboostet hast, oder... Genau, also an der Stelle jetzt zum Beispiel... Big Shot, if you boosted two or more times this turn, this gets plus two. Ja, oder Maximum Velocity sagt halt, wenn du in diesem Zug dreimal geboostet hast, darfst du die Karte überhaupt spielen. Mit Twin Drive hast du halt schon zwei Boosts im Sack. Das hilft dir ungemein, Maximum Velocity zu spielen. Äh, sind aber jetzt im Limited-Format bei Des Majestic, also eher unwahrscheinlich, die in einem Deck kombiniert zu haben. Ähm, kann natürlich mal im Sealed passieren, natürlich auch in einem Lucky Draft, aber gut. Ja, ich muss noch sagen, ich finde es, ich finde dieses Set vom Thema her total, ähm, also, vom Artwork hast du es so, also, von richtig kacke bis richtig geil. So, also du hast hier, von den Themen her, hast du Mopeds, hast hier irgendwelche abgedrehten, ähm, Mad Max-Karren, bis hin zu Cyber, zu einer Cyberpunk-Auto-Gang bei Burn Rubber, dann hast du irgendwie gesagt, Mopeds, Moonshot, dann hast du irgendwie Steampunk, dann hast du irgendwie, dann hast du, wie heißt es, ähm, Cyberpunk-Auto-Gel, irgendwie Skripte und Protokolle, irgendwie Skripte und Protokolle, also manche Artworks sind halt richtig geil und manche, würde ich sagen, lass mal stecken. Ist ja halt eine Geschmackssache, also ganz klar, ne, also das ist jetzt, nur meine Meinung, ne, ist keine ubiquitäre Wahrheit, das ist nur meine Meinung. Benni, wie ist denn deine Meinung? Würde mich mal interessieren. Meine Meinung ist, ähm, ich bin froh, dass das Set so ist, wie es ist, für den ersten Eindruck, noch mal gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt oder auch noch nicht auf February irgendwelche Decks oder so zusammengebaut. Ne, ich auch nicht. Äh, und dann auf Teleshow oder so geplaytestet, sondern, äh, das mache ich ganz normal beim Pre-Release-Event, wie ein normaler Mensch auch. Ähm, aber es sieht erst mal cool aus. Äh, ein, zwei Punkte habe ich schon gesehen, ähm, die ich ein bisschen langweilig finde, die kann ich auch schon mal gerne nennen, wobei ich aber dazu sagen muss, ich gehe davon aus, dass sie gerade eben für das Limited-Format halt, äh, ja, benötigt werden. Wenn man sich das Set so anguckt, sind da so, kommen die einem vor, ein bisschen wie Filler. Ähm, ich gebe mal einfach ein paar Beispiele, haben wir hier, Panel-Beater, ja, der sagt halt, ähm, Boost, ja, und du kriegst plus X, äh, wobei X die Anzahl an, äh, verteidigenden Equipments ist. So, dann gibt es aber auch den Fender-Bänder, der hat eben auch Boost und den gleichen Text. Die unterscheiden sich beide nur an, äh, Kosten. Fender-Bänder kostet eins, hat halt insgesamt weniger Angriff und der Panel-Beater kostet halt zwei und hat, äh, mehr Angriff. Das heißt, Fender-Bänder... Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Panel-Beater, ne? Also ganz ehrlich, ein Hammer mit Düsen hintendran, das ist halt einfach... Wichtig. Ich finde das wichtig. Das ist einfach nur richtig wichtig. Ja. Wenn jetzt so als Handwerker, äh, auch so zu Hause, als Heimwerker, so ist das so ein Hammer mit Düsen hintendran, und du fest dazu schlagen kannst. Und während ich irgendwelche Dinge damit kaputt kloppe, rauche ich auch noch Zigarre. Ja, genau, ne? Wer nicht? Und trage ein Kleid. Ja, schön. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Und beim Fender-Bänder, da fahre ich halt auch manchmal Inline-Skates. Ne, nicht Rollerblades, ne? Geil. Aber, äh, dann gibt's noch ein Beispiel, einfach nur Underloop und Overloop. Overloop als Reprint, ähm, der Rote an der Stelle kostet zwei, hat Boosted, und On-Hit kommt er eben unter Stack, kommt für fünf und Block drei, und der Underloop, äh, hat den gleichen Text, Boost und On-Hit unter Stack, äh, kostet eins, er taggt halt nur für vier, Block für drei, ne? Und dann eben vier, drei, zwei, und der Overloop hat halt fünf, vier, drei. Das ist halt ein bisschen langweilig, äh, das hast du mehrfach. Ja, finde ich aber gut für, für Limited wieder. Ja, genau. Das, das ist auch, glaube ich, so ein springender Punkt. Äh, du hast Outpace, ist das gleiche wie, äh, Lay Waste, vom Text her, äh, ich glaube, das sind sie dann auch schon. Ja, ich glaube, das sind sie dann auch schon. Das sind im Prinzip, äh, diese sechs Karten. Ja. Immer zwei im Doppelpack sozusagen. Ich meinte eigentlich von Optik her, meine Frage, aber gut, ne, ähm, das ist so, man stellt in Berlin eine einfache Frage, er hält ein Referat, und da, wie war die Frage nochmal? Nein, ist ja nicht schlimm. Ähm, wie siehst du das denn mit der Optik? Siehst du das genauso wie ich? Also, dass da mega geile bei sind und mega crap, oder findest du alles okay? Findest du alles so einheitfrei? Ich hatte im Gegensatz zu dir nicht so eine starke Abneigung der, ähm, äh, Seampunk, äh, Dash, äh, ja, Geschichte entgegen. Also, was die Integration in das Spiel angeht, hab ich tatsächlich kein Problem damit, mit dieser Welt, äh, mit den, mit den Brutes, mit Warriors, mit Wizards, Drachen und Seampunk, das passt trotzdem für mich alles, ist es immer noch rund. Ich kann mir das vorstellen, für mich geht das. Naja, also auch wenn du dir so diese riesigen Mechas anguckst und auch zum Beispiel bei Mad-Ex, das ist so ein Auto mit, mit Düsen anstelle von Rädern. Ist okay, komm ich mit klar. Okay. Tatsächlich, ja, komm ich mit klar. Ist für mich jetzt kein Stilbruch an der Stelle. Ist halt eine große, äh, Fantasy-Welt irgendwie, ist okay für mich. Und die Artworks, um die Frage mal letztlich zu, äh, beantworten, fand ich früher schon, okay, waren nicht meine Favorites. Ähm, ist jetzt genauso. Wobei ich sogar einige sehr ansprechend finde und manche ziemlich langweilig auch hier, aber, ähm. Ja, das finde ich nämlich auch. Also hier, ich finde, gibt es einen riesen Gap zwischen mega geil und richtig doof. Ja, aber du darfst dich hier nochmal an der Stelle, sei nochmal erwähnt, es ist eben reines, also fast reines Mechaset, bis auf eben die Karten da am Ende in dem Sonderslot. Ähm, und du hast halt sonst Shadow, Light, Warrior, immer nur so ein, so ein Paket von, keine Ahnung, 30 Karten oder so, was weiß ich, habe ich jetzt nie gezählt. Ja, also, und, ähm, die haben dann ein Thema, so, und wenn du dann, äh, vier Themen, also vier Heroes zum Beispiel in einem Set hast, ohne Talents oder mit Talents, auch egal, und dir ein Block von Art nicht gefällt, dann hast du halt dreimal Art, die dir dann gefällt, also dreimal die Klassenkarten, die dir gefallen, und dann vielleicht noch Generic Karten, die dir gefallen, vom Stil her. Und einfach nur von einem Helden gefallen dir vom Stil her die Karten nicht. Und hier ist es halt schwieriger, weil es halt erstmal grundsätzlich alles Mecha ist. Ja, klar, aber so, ich muss, ich muss sagen, die, die ganzen Evo-Sachen gefallen mir von der Optik her. Ja gut, du kannst dann halt nur, ja. André ist so einer, ne, wenn ihm was fürs Auge nicht gefällt, kann er es nicht spielen. Das heißt, André wird ausschließlich Dash oder, äh, Teklofossen, äh, Forcen. Absolut, ey, sobald ich Max Nitro sehe, kriege ich Plack, ey. Und jetzt spulen wir drei Monate vor und wahrscheinlich spiele ich den, weil der spielerisch gut ist. André ist neuer Main. Ja. Kann natürlich sein, ne? Ne, tatsächlich glaube ich das nicht. Ähm, also selbst, wenn der gut wäre, äh, bringst du das nicht. Äh, wenn der dir so wenig gefällt. Ich hab auch Dash nie gespielt, also die normale, deswegen, ja. Übrigens, eine Sache muss ich noch loswerden, ähm, es kam noch neu für mich als Spoiler Slay dazu, was ich total klasse fand, äh, um den neuen Prism nochmal richtig einen mitzugeben. Slay Instant Shadow Majestic kostet null. Ja. Rotpitch, Destroy Target, Angel, Ally. Das ist so, why? Einfach nochmal drauf. Ja, richtig, richtig. Äh, Angel und die neue Prism sind eh schon schwierig und dann einfach nochmal eine Karte printen, die einfach mal ein Angel, der total würde ich aber intensiv ins Spiel zu bringen ist, im Verhältnis einfach mit einer Karte zerstört. Würde ich im Teclo-Fossendeck als Sideboard spielen. Ja, also, jetzt, Geheimtipp, Geheimtipp. Also, die Härte ist halt, das, ja, äh, geht aber tatsächlich nicht, ne? By the way. Weil Teclo-Fossen... Weiß ich, weiß ich. Ist nicht von Natur aus Shadow. Ja, genau. Ähm, aber das war ja auch, äh, ein überspitzter, ironischer Joe. Also, das finde ich halt echt, den finde ich nicht so cool, muss ich wirklich sagen, okay, wir kennen jetzt nicht die Weitsicht von LSS da und so weiter, aber hier einfach nochmal eine Anti-Engel-Karte zu bringen, wobei der Engel-Gameplan eh schon schwierig ist, weiß ich nicht. und wiederum Phantom Tidemore zu printen, was den ganzen Aura-Plan eigentlich wieder nur verstärkt, ist eine Instant-Aura, die null kostet, die blau ist, äh, hat zwar Phantasm, Morton und so weiter kein Spektra, äh, da frage ich mich halt, okay, ihr bringt eine Aurenkarte, die die neue Prison nehmen kann, ja, und greift das Thema Aura wieder voll auf, äh, und bringt noch zusätzlich eine Engel-Zerstörungskarte, so, okay, gut, dann sollen wir also alle Prism, die neue Prism ohne Engel spielen, oder was? Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendwer diese Engel-Zerstörungskarte im Sideboard haben wird, es sei denn, Prism wird jetzt hier die, lohnt nicht, der, der, wollte ich gerade sagen, der neue heiße Kandidat, äh, ja, ja, aber die Karte ist halt im Pool, das meine ich damit, der Kartenpool ist jetzt da, und unsere Karte gibt es, es sind so einige Karten im Pool, ne, die zweifelhaft sind, sag ich mal, so, äh, zum Beispiel, warum bringen die eine neue Dust raus, also mal ganz ehrlich? Ah, weiß ich nicht. Ich meine, klar, Chroma ist wichtig und gut, auf jeden Fall, aber hat irgendwer die alten Dasts gespielt? Weiß ich nicht. Nee, nicht wirklich, die haben sich nie wirklich entabliert, aber gut. Richtig, aber jo, naja, ähm, wie dem auch sei, äh, ich finde das Set an sich sehr gelungen, interessante neue Mechaniken, ähm, und ich hab richtig Bock, das zu spielen, beziehungsweise, ähm, ich werde wahrscheinlich, ich werde mich, ich entschuldige mich jetzt schon mal meinen zukünftigen Gegnern, dass ich die, jede Karte zehnmal lesen muss, äh, weil das wird wahrscheinlich, wenn man das das erste Mal, ähm, im Pre-Release spielt, schon ziemlich, ähm, komplex sein, an alles zu denken, oder was meinst du? Ja, man muss sich halt schon konzentrieren und mit den Karten beschäftigen, Pre-Release hab ich, äh, auch richtig Bock drauf, bei mir ist es tatsächlich jetzt erst kommenden Montag, ähm, das heißt, ist auch kommenden Montag, ne, so am, nicht, am Zweiten, bin ich durcheinander, verpeile ich schon wieder was. äh, also, wir nehmen jetzt heute, am Mittwoch den 27. auf und am Montag ist der zweite, genau. am Montag hab ich nur Pre-Release, ansonsten hab ich leider keine Zeit, ganze Wochenende komplett verplant, äh, und der andere ist, äh, im Urlaub ab morgen, aber, André, bleibst du tatsächlich dabei, dass du, ich hab mich schon angemeldet, ja, geil, also, äh, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so viel Bock auf dieses Set, also, total weird, dass ich sogar meine Freundin angebettelt hab, ob ich nicht an einem Tag zu einem Pre-Release gehen darf, ich hab mir da einen Laden rausgesucht, der in der Regel von so einem Urlaubsziel ist, so, ja, genau, ich hab mir da einen Laden rausgesucht, der da in der Nähe ist, und dann hab ich mich da tatsächlich angemeldet, bin ich mal gespannt. Ja, nice, cool. Ja, hab auch richtig Bock da drauf, also, ja, ähm, ja, wird spannend. Ja, ich würd sagen, ähm, haben wir sonst noch was auf der Agenda stehen, was Bright Lights angeht? Äh, Bright Lights nicht tatsächlich, also, das wär jetzt für unseren Erstandruck auch eine Menge Stoff, wir haben Zeit, äh, auf der Uhr auch schon eine Menge, viel gequasselt. Ja, schreibt uns auf jeden Fall eure Eindrücke, schreibt, was ihr cool findet, schreibt, was ihr doof findet, könnt ihr mich nachvollziehen, ähm, genau, schreibt uns einfach, wir freuen uns, wie gesagt, über jede Nachricht, und, aber wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Ja, und zwar, äh, das ist so eine Community-Sache, äh, sag ich mal, um das mal so zu sagen, und zwar, ähm, wir wurden angesprochen und um ein, äh, Shoutout, äh, gebeten, was wir natürlich machen, äh, in dem Fall, äh, ganz speziell, äh, schöne Grüße an die Mainzer, äh, Flesh and Blood, äh, Community, und zwar, weil hier eine besondere Konstellation, äh, müssen wir eben mal kurz drauf, hinweisen, wir haben hier den Orkish Outpost, der als, ähm, ja, ähm, Game Store sozusagen immer der offizielle Veranstalter dieser Events ist, aber tatsächlich wird aus der Mainzer Community von einer Gruppe von Flash and Blood Spielern das Ganze immer organisiert, also alle möglichen Events, also alle möglichen Events und, äh, aus dieser Gruppe wurden wir von unserem, äh, bekannten hier Sir Cancelot, der dient auch als Ansprechpartner, ähm, auf dem deutschen Community Discord, angesprochen, ob wir für dieses Event, das ProQuest nämlich in Mainz, äh, 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 ein Shoutout machen könnten, äh, und dann haben wir gesagt, klar, machen wir, gar kein Problem, und, ähm, ja, an der Stelle sind wir jetzt eben gerade, ne, es geht hier um Bright Lights Draft ProQuest Event in Mainz, äh, äh, wir verlinken euch auch, ähm, die Tickets, die ihr da bekommen könnt, ähm, die Kollegen haben, man lasst mir nicht lügen, äh, 64 Plätze, 64 Plätze zur Verfügung, das Ganze findet statt im Haus der Kulturen in Mainz, Wormser Straße 201, äh, ich hab mir tatsächlich die Location mal angeguckt, sieht tatsächlich sehr nett aus, ähm, also ich hab die gegoogelt, mir ein paar Bilder und so weiter angeguckt, ähm, die Kosten sind... Und bist du nicht extra nach Mainz gefahren? Ne, tatsächlich nicht. schwach, äh. Ja, ist schwach, aber wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, ich wollte wissen, äh, was so Phase ist, ähm, die Leute werden dort auch versorgt bei dem Event, es gibt auch noch ein, äh, Site Event, das ist ein, äh, WTR Draft, ein Throwback, äh, Throwback Draft, ist halt Out-of-Print WTR, ähm, also als Site Event, da kann man sich dann vor Ort anmelden, äh, wenn man irgendwie nicht in den Top Card kommt, dann kann man eben nachher noch, oder wann auch immer, Site Event spielen, halt ein WTR Draft, was ganz nett ist, um halt die Leute auch da zu behalten, und die Kollegen haben halt vor, eben diese 64 Plätze vernünftig voll zu kriegen, was auch immer der Anspruch von einer Veranstaltung sein sollte, wirklich die Plätze zu befüllen, damit man ein cooles Turnier veranstalten kann, und, äh, äh, und, äh, noch ein bisschen, äh, Werbung hier von unserer Seite aus, eben für das Request in Mainz. Hm? Ja, geht da hin. Ja, genau, geht da hin. Also übrigens auch, äh, Einsteiger und so weiter, ähm, macht da einfach mit, ne, was habt ihr zu verlieren? Also, ich nehme sowas immer gerne mit, ähm, ist an der Stelle jetzt, äh, ein Draft, ne, äh, ich sag mal, ist ein neues Set, in gewissermaßen Chancengleichheit für alle, sag ich mal so ein bisschen, ne, ist für alle ziemlich neu. Und ich denke mal, wir werden auch mal eine Draft-Folge machen. Ja, ob wir das davor noch schaffen, dass er mal hängt, das stimmt. Davor weiß ich jetzt nicht, genau, aber ich... Habe ich das Datum schon gesagt, also das Ganze findet statt am Sonntag, den 22. Oktober, ja, äh, ja, Einlass 9 Uhr, Start 10 Uhr, aber das werdet ihr auch alles auf der Internetseite, äh, 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 Wir haben einen Link von Eventbrite, äh, den stellen wir euch zur Verfügung. Und wie gesagt, SirCancelot steht euch zur Verfügung auf dem Flash & Blood Community Server Deutschland, äh, wenn ihr Fragen dazu habt, ja. Ich glaube, dann habe ich auch eigentlich alle Punkte, was das angeht, hoffentlich angesprochen. Ja. Also wird eine Verpflegung, gibt es dort vor Ort so ein bisschen, ne, was man halt so bereitstellen kann, äh, da kenne ich jetzt keine Details. Ähm, ja, Site-Event, was auch cool ist, wir reden hier halt auch von, nur in Anführungsstrichen ein Pro-Quest, ist halt ein Tages-Event, ne, ähm, ja. Also wenn ihr auch in der Ecke Mainz da seid, geht da hin, fahrt da hin, bestimmt schön. Ja, genau, ne, und cool einfach hier auch, muss man mal ganz klar sagen, ein, ein, aus der Community, ähm, ja, organisiertes Event, ne, also. Ja, genau, also das sollte man auf jeden Fall supporten, ähm, wenn man da in der Nähe wohnt, oder gerade da in der Nähe ist und Urlaub macht, geht da vorbei. Ja. Ne? Ähm, ja, dann haben wir auch diesen Punkt, das war eigentlich auch tatsächlich dann der letzte Punkt auf unserer Agenda für heute, und, ja, an der Stelle, äh, bedanken wir uns wieder für eure Aufmerksamkeit und, äh, ja, wünschen euch eine schöne Woche und viel Spaß mit Bright Lights, so. Viel Spaß beim Pre-Release und, äh, werdet auch, bitte alle, der Mechoprotent, oder wie der heißt. Iron Man. Iron Man. Ultron. Iron Man. 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 Vielen Dank.